Musik Tausend Funkel, die Funkelstadt Begehbares Bilderbuch der Fantasie Die Funkelstadt auf 15.000 Quadratmetern, in beheizten Zelten und unter freiem Himmel. Eine unvergleichliche Erlebniswelt erobert die Herzen zu Weihnachten. Mit besonderen Erlebnissen, mit märchenhaften Begegnungen, für unvergessliche Momente. 25 Tage voller Verzauberung, mit viel Liebgewonnenem und Neuem. Erfolgreiche Weltpremiere in 2011, mit 157.000 Besuchern. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir waren letzten Samstag schon da, nach 8 und meinten, also zwei Stunden reichen. Das muss einfach länger, den ganzen Tag muss man wirklich investieren. Das ist wirklich schön gemacht. Das lohnt sich. Lass uns funkeln gehen. Eine weihnachtliche Erlebniswelt für mehrere Stunden und jedes Alter einzigartig in Deutschland. Vom 1. bis 30. Dezember in Dresden. www. mixedundozfen.de www.1000funker.de www.1000funker.de www.1000funker.de